und oder wieder nach bei mir gegen hq.com ich bin der masterzeit und wir spielen dazu zu leute artorias of the others die sich für die playstation äh wenn ich dann rumspinne die Textur hier ja, liegen kämpfen eher zur Zeit genau gegen den Namensgeber gegen Artorias da gehen wir jetzt mal wieder hin so mhm 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 jetzt sehen wir mal den Ring wieder an bada 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 so 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 f*** so das Teil am flackern hm naja so 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 which so 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 Oh, 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 oh. Hallo, Trigger. Ach komm, jetzt hast du mit dem Teil schon zu schwer, Benne. Könnte man nicht in den Zellen, ey. So, komm, heute noch macht mal leer das Teil hier. Oh, viel Schaden. Das ist auch nicht, weil ich falsch war. Was ist das? Ich komme. Ich komme. Oh, fuck. Oh, shit. Come on, mach den Scheiss pro mangriff. Scheiss, ich fühl mich den nicht gut. 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 Hey, der zieht mehr als den halben Balken. Wenn er so hart. Ich fühl mich den nicht gut. Ich fühl mich den nicht gut. Ich fühl mich den nicht gut. Braustschweif, was ist das denn? Ich fühl mich den nicht gut. 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 Hey, das ist den nicht getriggert. Gott, das wäre ja nicht. Ich fühl mich den nicht gut. Ich fühl mich den nicht gut. Ich fühl mich den nicht gut. Was ist das denn? Hey, unglaublich. Der weiß doch nicht. Ich glaube, ich weiß nicht. Das war's für heute. 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 Oh Gott, ich bin zu weit weg. Oh, nicht gut. Das war's für heute. 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 Yay. Und wieder da rüber. Das war's für heute. 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 Und wieder. Das war's für heute. Oh, jetzt schlägt er natürlich nochmal. Nein, das gibt's doch nicht. Das ist... Verkarrung, mein Knopper. Ah, Mann. Mit einer drehen wir mal das Leben hin. Oh Gott, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ach, komm, ey. Ja, 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 ja. Ich hab ja nicht Ausweichung gedrückt. Meine Fresse. oh Gott da bin ich doch ewig dran ja ich sehe ja gerade ich habe schon wieder meine Zeit erreicht deshalb machen wir wieder Schluss für heute hier und ja das selbe Spielchen halt ne abonnieren auf der Seite vorbeischauen mygamehq.com und dann sehen wir uns hören wir uns demnächst wieder wenn es wieder heißt die neuen Leiden des jungen Werters alias Dark Souls Artorias of the Abyss bis dann und tschüss wie das wie das das ist ja wir